Hello! Ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Ihr wisst ja, dass ich mich immer nach DM-Neuheiten umschaue. Und vor allem halt auch online, denn im Online-Shop von DM sieht man meistens Neuheiten, die es vielleicht dann erst bald im Laden gibt. Und ich bin, wie ihr im Titel schon gesehen habt, auf diese zwei Überraschungsboxen gestoßen. Ziemlich cool. Ich weiß, dass DM immer regelmäßig solche Boxen rausbringt. Und zwar haben die jetzt beide jeweils 10 Euro gekostet und da sollen mindestens Produkte im Wert von 20 Euro drin sein. Ich habe jetzt hier zwei Boxen. Es gab allerdings drei, aber die eine war schon ausverkauft. Deswegen hoffe ich, wenn dieses Video online geht, dass es noch beide gibt. Als ich eben noch geguckt habe und das Video kommt jetzt eigentlich morgen direkt online, war es zumindest noch so. Verlinke ich euch die gerne in der Infobox, könnt ihr mal schauen. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich glaube, dass die so ein bisschen inspiriert sind von der Glow, die ja eigentlich stattgefunden hätte, aber ja, wegen Corona natürlich irgendwie nicht ging. Wir machen jetzt heute einfach mal so ein Unboxing und schauen mal, ob sich die Boxen lohnen. Und dann seht ihr vielleicht auch, welche am besten ist. Die dritte habe ich jetzt leider nicht, aber zumindest kriegt ihr den Eindruck, wie die Boxen grundsätzlich sind. Ich glaube, wenn man den DM-Instagram-Kanal abonnieren sollte, dann würde man auch mitbekommen, wenn es beim nächsten Mal wieder solche Boxen gibt. Und dann wisst ihr Bescheid, was euch so erwarten könnte. Deswegen starten wir direkt und machen die erste Box auf. Let's go! Die erste Box nennt sich Get the Floral Glow. Okay, das war jetzt irgendwie voll der Zungenbrecher. Sieht erstmal mega schön aus in diesem mintigen Pastell mit den ganzen schönen Blümen. Das sieht richtig, richtig ansprechend aus auf der Karton. Alleine der ist schon schön, um ihn aufzubewahren oder halt um mal wieder was zu verschicken. Ich bin gespannt. Oh, wow! Okay, so sieht das Ganze jetzt aus. Ihr seht, hier oben haben wir eine Beschreibung mit den ganzen Produkten. Und auch tatsächlich... Ach, der Preis steht auch dabei. Das ist ja cool. Wir haben jetzt hier sieben Produkte. Sehr, sehr cool. Ich greife mal einfach rein. Als erstes haben wir hier von der Marke For Me dieses feste Shampoo. So sieht das hier aus. Ja, festes Shampoo ist ja allgemein ein Trend, was jetzt auch sehr, sehr häufig in der Drohwerbie zu finden ist. Sollte ja wahrscheinlich alles so ein bisschen in diese blumige Richtung gehen. Das riecht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr blumig. Und finde ich ein sehr spannendes Produkt. Soll für circa 25 Haarwäschen reichen. Und ist mit Hibiskus. Also tatsächlich eine Blume. Finde ich schon mal sehr gut. Kostet übrigens 4,95 Euro. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. Wenn man überlegt, man hat nur 10 Euro für die Box bezahlt. Weiter geht's mit diesem Porenfein-Serum von Shebens. Wie ihr seht, sind so drei grüne Ampullen. Soll die Haut verfeinern und klären mit Zink, Alantuin und noch irgendwas, was ich nicht aussprechen kann. Auf jeden Fall finde ich auch ganz cool. Das ist alles so grün-rosa. Also so ein bisschen angelehnt an Blumen. Finde ich schon mal sehr cool und sehr durchdacht. Kostet, by the way, 1,95 Euro. Das nächste sehr große Produkt ist hier von Alverde. Finde ich cool, Naturkosmetik. Eine Creme-Öllotion mit Bio-Jasmin. Was ich hier direkt ganz gut finde, ist, dass es halt... Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, dass ganz, ganz viele, vielleicht auch die, die diese Boxen kaufen würden, so Balea und so da auch viel kennen und auch viele Produkte schon probiert haben. Und bei Alverde, also gerade Naturkosmetik, da sind es halt noch weniger Leute, die da einfach so zugreifen. Mag vielleicht auch im Optischen manchmal liegen, dass es nicht so bunt und so ansprechend aussieht. Also es ist ja Geschmackssache, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und ich finde es ganz cool, dass die dann halt solche Produkte auch da rein tun, dass man vielleicht mal was Neues testet, ohne jetzt extra so dafür Geld auszugeben. Wenn ihr wisst, was ich meine, man bekommt ja irgendwie halt ein bisschen was geschenkt. Riecht sehr, sehr gut. Halt so ein bisschen naturmäßig, wie Naturkosmetik immer riecht. Aber ist für sehr trockene Haut. Finde ich cool. Und ist natürlich auch wieder Full-Size und kostet 2,25. Dann habe ich hier noch so eine Art Probe, oder also es ist halt eine Einmalbehandlung von Langhaermädchen, eine Haarkur. Und zwar ist die mit Kokosöl und Burritiöl. Ich finde ja allgemein, Langhaermädchen hat so ein schönes Design. Passt natürlich total zu diesem Blumenthema. Ja, also ist für Intense Repair. Finde ich sehr cool. Steht hier preislich mit 2,45 Euro. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist das echt so teuer. Das ist doch nur eine Anwendung. Maximal vielleicht 2, wenn man da was mit Kur macht. Aber okay. Meine Langhaermädchenprodukte sind jetzt nicht so billig. Aber trotzdem. Krass. Nochmal Naturkosmetik von La Vera. Haben wir hier ein Rouge. Mit einem richtig schönen, rosigen, natürlichen Ton. Das kostet zum Beispiel 6,45 Euro. Und ist damit das teuerste Produkt aus der Box. Aber das finde ich ganz cool. Ist halt ein natürlicher Ton. Passt, wie gesagt, einfach an dieses Thema. Und wie gesagt, finde ich auch toll, dass man da mal ein Naturkosmetikprodukt testen kann. Ohne, dass man dafür gleich 7 Euro ausgibt. Oder 6,45. Als nächstes haben wir für 1,95 hier diesen Essence Wet Look Lip Gloss. In der Farbe Think Pink. Passt natürlich auch perfekt. Und ist ein richtig schöner, rosiger Ton mit so ganz bisschen Schimmer. Mach mal auf jeden Fall nichts falsch. Finde ich ein sehr cooles Produkt. Ja, kann ich nichts anderes zu sagen. Vor allem die Farbe finde ich echt schön. Und das letzte Produkt aus der Box ist ein richtig cooler Nagellack von Trended Up. Was ist das für eine schöne sommerliche Farbe, ohne zu knallig zu sein, oder? Ich finde das einen richtig, richtig schönen Ton. Und auch da muss ich sagen, passt es einfach perfekt in dieses Thema, in diese Farbwelt. Wenn man mal schaut, alle Produkte sind irgendwie grün oder in diesem Rosenholz gehalten. Und da muss ich sagen, da haben die sich wirklich Gedanken gemacht. Wir können ja mal so aus Spaß kurz ausrechnen, was wir hier für einen Boxwert haben. Tatsächlich 22,25 Euro. Und dafür habe ich 10 Euro jetzt bezahlt. Muss ich sagen, lohnt sich total. Also finde ich eine coole Sache. Ist eine super Box. Schöne Produkte drin. Sieht optisch toll aus. Ist super hergerichtet. Und man hat eine schöne Mischung aus Pflegeprodukten und dekorativer Kosmetik. Dann bin ich natürlich jetzt noch gespannter auf die Get the Natural Glow Box. Also ja, die sieht natürlich auch mega schön aus mit diesem Nude-Tone hier. Ja, auch hier finde ich die Farben einfach so, so schön im Design. Ich finde es auch toll, dass die sich so abhebt von der anderen Box. Okay, ich bin gespannt. Wir machen es wieder gemeinsam auf. Ja, sehr cool. Okay, also auch hier haben wir wieder sieben Produkte. Ich gucke mir die jetzt gar nicht so genau an. Und wow. Also ich muss sagen, direkt kommt mir so ein Kräutergeruf entgegen. So sehr natürlich. Passt natürlich zu diesem Natural Glow vielleicht. Ich bin gespannt, was wir hier so finden werden. Okay, fangen wir an mit einer Creme, einer Tagescreme von Ivea. Natural Balance passt natürlich sehr, sehr gut zu dem Thema. Auch mit diesem Grün. Kenne ich auf jeden Fall noch nicht. Ist mit Aloe Vera und für normale und Mischhaut. Und seit 5,95 Euro kosten. Das ist natürlich, passt natürlich auch nicht wenig. Deswegen finde ich sehr spannend. Als nächstes haben wir hier von I plus M. Wie spricht man diese Marke aus? Ich weiß es nicht. Ein Reinigung, also eine 2 in 1 Reinigung und Maske. Und zwar ist dieser erste Teil hier ein Reinigungsgel. Und dieser zweite hier eine Feuchtigkeitsmaske. Ich muss sagen, dieses Produkt habe ich noch nie bei DM so gesehen. Aber vielleicht habe ich da auch noch nie darauf geachtet, weil es so unscheinbar aussieht. Was mich auch hier wieder überrascht, wie bei Langhaar Mädchen, soll das tatsächlich 2,90 Euro kosten. Das ist aber eigentlich nur eine Anwendung. Das finde ich schon echt teuer. Und ja, also weiß ich nicht, ob ich mir das sonst kaufen würde. Wahrscheinlich eher nicht, weil ich dann das Gefühl habe, wenn das doof ist, habe ich einfach 3 Euro gefühlt ins Hand gesetzt. Aber dafür ist so eine Box halt toll, dass man einfach Produkte kennenlernt. Und passt natürlich auch sehr gut herein. Halt fair, organic, vegan. Also finde ich passt zu diesem Natural Thema auch wieder ganz gut. Das wohl größte Produkt in der Box ist das hier. Und zwar ist es ein Kräutertee von Mivolis. Nennt man die Marke so? Das ist so eine Plus auf jeden Fall. Und zwar Active Power, ein Kräutertee mit Vitamin B12 mit Ingwer-Zitronen-Grasgeschmack. Sieht so aus, sehr, sehr gesund. Ich glaube auch, dass daher dieser Kräutergeruch kommt. Definitiv, dadurch riecht die Back so. Sehr schön. Ein Tee geht immer. Ihr wisst, ich bin der krasseste Teetrinker ever. Deswegen, I like. Kostet 1,35 Euro, by the way. Dann haben wir hier ein Shampoo, das ich gar nicht kenne. Also von Herbal Essences ist das. Kann das sein, dass es neu ist? Also auf jeden Fall wird das noch nicht aufgefallen bei DM. Sieht immer sehr spannend aus. Und zwar ist das mit Aloe Vera und Hanf. Und soll ein Shampoo sein, was für... Ich weiß es gar nicht, gar nichts genaues. Auf jeden Fall ist das so zum Reparieren. Riecht relativ neutral. Vielleicht so ein bisschen nach Aloe Vera, aber sonst riecht es sehr neutral. Finde ich aber ganz cool. Vor allem diese Konsistenz sieht voll nach Aloe Vera-Gel aus. Cool. Kostet nämlich auch 2,95 Euro. Harbel Essences habe ich eine Zeit lang so geliebt, die Shampoos. Und dann habe ich immer halt immer was Neues ausprobiert. Aber die mochte ich immer sehr gerne. Auch hier haben wir ein Naturkosmetik-Produkt drin. Und zwar von Alverde. Die Hand- und Nagelcreme. Calendula und Bio-Aloe Vera. Ich musste kurz überlegen, wie man Calendula ausspricht. Ich glaube, viele Leute sagen auch Calendula. Aber ich glaube, es heißt Calendula. Egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein Produkt, denke ich, was... Ja, wenn man eine Handcreme sucht, dann geht man vielleicht immer auch nach dem Optischen und kauft das, was man halt so am schönsten findet. Da muss ich sagen, dass tatsächlich Alverde auch nicht meine erste Wahl wäre, weil es natürlich gerade bei Balea echt sehr, sehr cool designte Produkte gibt. Aber finde ich sehr passend hier und bin gespannt, wie das am Ende sein wird. Die Handcreme kostet übrigens 1,95 Euro. Dann haben wir hier tatsächlich auch noch ein Naturkosmetik-Produkt. Dekorative Kosmetik von Alverde. Einen Kajalstift. Das finde ich ja mal mega cool. Ist für mich ein volles Highlight. Ich weiß gar nicht, warum. Und zwar ist die Farbe halt besonders. Es ist halt grün. Und ich weiß nicht, wenn ihr die ganzen Adventskalender-Videos geguckt habt, dann waren immer halt so schwarz- oder dunkelrote Kajalstifte drin oder Glitzer. Aber ein grün war tatsächlich nie dabei. Und wow, das ist so ein richtig cooles metallisches Grün. Sieht richtig toll aus. Ich finde, dass grün ganz, ganz vielen Augenfarben sehr gut steht und halt nicht so hart ist wie schwarz, aber trotzdem sehr, sehr viele Definitionen geben kann. Und ja, kann ich mir sehr gut an der unteren Wasserlinie vorstellen. Werde ich mal wieder ausprobieren. Ich habe ja auch grüne Augen. Sieht man vielleicht, glaube ich, nicht so gut in der Kamera. Sieht immer ein bisschen braun aus. Aber der Stift kostet 1,75 und gut hält mir gut. Und hier ist das letzte Produkt. Eine Lippenbutter von VELEDA. Ist VELEDA auch Naturkosmetik? Ja, ganz herrliche Naturkosmetik. Ich habe meinen Finger davor gehalten. Aber das finde ich sehr spannend. Ich finde auch gut, dass hier der Fokus wirklich sehr auf Naturkosmetik und auf diesen natürlichen Produkten liegt. Und auch weniger dekorative Kosmetik drin ist. Das passt, finde ich, irgendwie zum Thema und so ganz gut. So sieht die Lippenbutter hier aus. Vielleicht kennt ihr die ja. Also ich muss auch sagen, das wäre vielleicht auch nicht meine erste Wahl, wenn ich nach einer Lippenpflege suche. Wahrscheinlich wegen der Farbe. Das Design ist halt sehr schlicht. Ist zwar eine auffällige Farbe, aber ist insgesamt natürlich relativ schlicht. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend für sehr trockene Lippen. Und wird getestet. Ist mit Sonnenblumenöl, mit Rizinusöl, mit Rosenextrakt. Also sehr cool und spannend. Natürlich rechne ich jetzt auch hier mal aus, was wir hier für einen Gesamtwert haben. 22,30 Euro. Damit unterscheiden sie sich ja nur um 5 Cent. Also richtig top. Also Leute, was sagt ihr? Ich würde sagen, das war ein absoluter Erfolg. Für 10 Euro kann man da nichts sagen. Wie gesagt, ich verlinke euch die. Vielleicht gibt es sie ja noch, wenn sie ausverkauft sein sollten. Seid auf der Hut. Vielleicht gibt es ja Richtung Herbst nochmal solche Boxen. Kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Weil ich denke, dass die damit gut fahren und das immer gut schnell verkauft wird. Aber ich finde es top. Also kann ich nur empfehlen. Deswegen würde mich jetzt auch nochmal interessieren, welche Box ihr jetzt besser fandet. Also die erste mit dem Blumen-Thema oder das Natürliche. Ja, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Und falls ihr die gelbe Box habt, das war glaube ich Fruity, dann könnt ihr mir aber schreiben, was da so drin war. Und wie ihr gerade im Vergleich die anderen beiden findet. Das war's ja schon. Ich hoffe, dieses Random-Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ich habe das gesehen und sofort bestellt und dachte mir, das muss ich mit euch auspacken und schauen, was da so drin ist. Kennt man ja von DM eigentlich nicht so, dass die solche Boxen haben. Außer diese Blackboxen, die es immer gab. Aber das ist ja dieses Jahr nicht gewesen. Ich glaube, das ist auch nicht mehr geplant. Ich weiß es nicht. Das war ja mal in Kooperation mit anderen Bloggern oder so. Aber ja, bisher habe ich davon nichts mehr gehört. Deswegen lasst mir gerne Feedback da, wenn ich solche spontanen Sachen nochmal machen soll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!